1, Vers 4, Vers 4, Vers 4, Vers 4, Vers 4, Vers 13, Chapter 1, Vers 4, Vers 13. And it is written, Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love. In verse 13. In him you also, when you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in him, we are sealed with the promised Holy Spirit. Amen. In Deutsch steht geschrieben, Vers 4, Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untatig vor ihm sein sollen, in seiner Liebe. Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. So, und da lesen wir in Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Und es steht, Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Vers 8. For by grace you have been saved, through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of walks, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, for good walks, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Amen. Amen. Let us pray. We thank you, God, wir danken dir, Gott, for this day, for this day, and Lord God, I pray that you guide me, and Lord God, I pray that you guide me, and read me, and read me, and that the meditation of my heart, and the words of my mouth, and that the words of my mouth, be pleasing to you, O God, that they then wohlgefällig by you are, in Jesus' name. Amen. 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 Here we have two papers. Hier haben wir zwei Sinne. Ah, zwei Papiere, Entschuldigung. This is a two papers here. One is a paper. Eins ist ein Stück Papier. Okay. And another one is also a paper. Das andere ist auch ein Stück Papier. Which paper do you choose? Welches Papier entscheidest du dich? Welches würdest du nehmen? Yes. Why? Aber warum? Because it is a paper. It's not an ordinary paper. Denn es ist nicht ein normales Stück Papier. It's a paper, which has been printed. Es ist ein Stück Papier, was gedruckt, bedruckt wurde. With security features. Mit extra mit mit welchen Besonderheiten. And a seal on it. Und da ist ein Stempel drauf. And this seal and this seal I don't know whether people can see this seal here. Ich weiß nicht, ob Leute das sehen können. Da ist ein Stempel drauf hier vorne. Verify the authenticity of this money. Das damit bestätigt, dass dieses Stück Papier Autorität hat. und therefore it can be used in the transaction. Und deshalb kann es für eine Überweisung benutzt werden. And this bank note has so many names. It is called a legal tender. A legal tender. Es wurde ein zartes Stück Papier genannt. und this why does this have a value? Value does not depend on size. Otherwise this would be of big value than this one. Value is given on the paper with a choice. It is by choice that this paper is chosen rather than this to make money. It is chosen to use use to use to be this one rather than this one. And this choice does not depend on your wealth or position in the government or everywhere and it does not depend on your education or does not depend on your capabilities or how you are in the lage to make it does not depend on your abilities but where you were chosen. It is God who chose you and he is the one who puts a value on it on you and put a seal on you and the Bible has said you were sealed by the Holy Spirit to make you authentic so that's point number one point number two value is not affected by circumstances look at this you can twist this paper or do like this or even trump on it but it's a value does not diminish nobody can diminish your value the circumstances you go through yes you go through a lot of hardship people can say all things they can abuse you they can harass you they can hate you they can even trump on you but God will pick you and he removes all the dust on you and then straight you and use you for transaction you are a person to be used for transaction for the good deeds that God prepared before the creation of the world you were used to be used for good deeds before he laid the earth the earth the value does not depend on nature the material all paper as I said the paper both of them are papers and yes just papers but this one has a different value on it it was chosen first of all it was chosen we were chosen in Christ Jesus from the foundation of the world God chose you and said you are mine and he sealed you with a certain amount and you were designated to be a person of value you may be weak of course you may be unwirly before the presence of so many people you may be unbecoming or unsuitable and you are not not made or even unfit or you are not in the worst case you may be unfortunate but God does not look at all those things but God does not see God does not consult your weaknesses but God does not rat with your Schwächen even your past God does not consult your past in order to determine your present and your future God will not with your past and your future God who appointed you and chose you to raise you at the right time he is able to take you out of the circumstances you are facing at the right time he can put you where your value will be manifested he is able he is able he is the one who saved you in order and he is the one who commissioned you commissioned you I mean to launch you sent you the purpose for sending you is to serve him because it is not about you it's about God God does not see you like the people see you while people may see you like a shepherd boy God may see you as a king that's what happened to David they had even forgotten him but and they tried even the prophet had Samuel had forgotten him and they said he was about to anoint Eliab and as he was going to power the oil on Eliab and where he was going to the oil Eliab God said don't don't God does not look at the things the man looks at he sees the heart and you know normally the first born of the family is the one who has all the benefits so now when Eliab stood before the prophet Samuel and I can imagine that he was wearing a nice suit very handsom and then Samuel was about to pour oil and God said don't and then all the sons of jessa just say passed and then Samuel said is that all of the son that you have and he of the 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 he was about to say yeah oh there is the last one but he raising keeping sheep but he said bring him send him and we shall not we shall not sit down because they are standing we shall not sit until that boy comes and you know what will happen to you people will not sit until you come and then they anointed David and and they have David from the raising the sheep from the place where he he came to the to king ship Und das ist das Gleiche, was passiert ist mit Joseph. Wisst ihr, dass Joseph wirklich sehr interessant ist? Joseph war ein Gefangener und ein Sklave. Und das war der normale Weg, er ist einfach aufgewacht und so weiter. Aber eines Tages, hat er geschlafen wie ein Sklave, der ein Gefangener war. Und in der Nacht darauf, und am nächsten Tag ist er als Premierminister aufgewacht. So, es ist das Gleiche mit uns. Gott hat keine Grenzen. Du bist vielleicht ein Gefangener, ein Sklave von deinen Umständen. Aber eines Tages, Gott wird dich ein Premierminister machen. Es war das Gleiche mit Moses. Moses wurde weggeworfen. Er wurde in den Fluss verabschiedet. Denn das war die Entscheidung von Pharao. Aber als er da reingeworfen wurde, da haben sie ihn beobachtet, bis zu dem Zeitpunkt, als die Tochter von Pharao ihn gesehen hat und aufgenommen hat. Und dann hatte sie Sympathie mit ihm. Und dann hat sie Moses großgezogen. Kennt ihr die Bedeutung von dem Namen Moses? Das bedeutet, dass einer, der aus dem Wasser herausgezogen wurde. Und jetzt, als er aufgewachsen ist, hat er er nicht ein Ägypter gewesen. Und als er dann aufgewachsen ist, ist ihm aufgefallen, dass er kein Ägypter war. Und er hatte ein Herz mit Sympathie und hat sich Gedanken gemacht. Als er gesehen hat, wie ein Ägypter mit einer Peitsche ein Hybräer geschlagen hat. Er hat ihn ägypter getötet. Und die hatten das schwer, das zu hören, was er gesagt hatte. Als Moses das aufgefallen ist, ist Moses für sein Leben gelaufen, weggelaufen. Und er ging nach Jethro und er wurde sein Porter und eine seiner Töchter und hat eine seiner Töchter geheiratet und wurde ein Mensch, der mit Leben arbeitet. Für 40 Jahre Und er dachte, das ist vielleicht das Ende für das Rest seines Lebens. Aber eines Tages hat Gott ihn vom brennenden Busch gerufen und hat ihn dazu bestimmt, ein großartiger Prophet zu werden. Moses hat geschlafen, als jemand, der Leben gemacht hat. The following day, he became a great prophet. Und am nächsten Tag wurde er ein großartiger Prophet. So, was Gott sieht, ist unglaublich. Gott sieht dich im Lichte von deinem, das, wo du irgendwann hingehen sollst. All diese Dinge, all diese Dinge, wo wir hindurch gehen, die sind dafür da, um uns fortzubringen. die sind für die Vorbereitung gedacht. At the right time, at the right time, you will be raised. Number four, Punkt Nummer vier, value of the value of an item is measured by the price the customer is willing to pay for getting it. Der Wert eines Objektes wird daran gemessen, wie viel jemand bereit ist zu bezahlen, um dieses Objekt zu bekommen. You know, I have this hat. Wisst ihr, ich habe diesen Hut. This hat was was very interesting. Dieser Hut war sehr interessant. The first time I put it on, my daughter was not impressed. Als ich das erste Mal diesen Hut angezogen habe, war meine Tochter nicht sehr beeindruckt. Oh Gott, she's 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 she she was saying that you know I look like one of the 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 workers in the construction site. Ich sehe aus wie jemand, wie ein Arbeiter, der auf einer Baustelle arbeitet. Put it up, put it up. Also sie sagte, nimm es ab, nimm es ab. And the good thing, and my wife also she's also gone. Meine Frau auch, die ist jetzt gerade auch nicht hier. sie hat mich auch nicht wirklich ermutigt, sondern demütigt. Nicht demütigt. Entmutigt hat sie mich. But thank God for Alex. Aber wir danken Gott für Alex. He said, oh, that's a nice Hut. Er sagte, oh, das ist ein schöner Hut. And Nils also said, oh, I find it wonderful. And my son in law also said, yes, that's cool. and then I said, I mean, the point was that this hut, I could buy it for 500 Euro. And um genau zu sein, ich könnte diesen Hut kaufen für 500 Euro. But it costed me 30 Euro. But it costed me 30 Euro. there go. There you go. From the time I grew up, up to the time he died, that was the same hut. And therefore, this, I would, it was so valuable to me. I looked for it everywhere, but I discovered it from Amazon. And I have nach and I have nach diesen Hut geschaut and zwar überall, aber then habe ich ihn bei Amazon gefunden. Your life is so valuable that God was willing to forego the life of his son to buy you when he saw all options nothing could pay for your freedom All lives of all angels and everything in heaven could not buy purchase you. It was only the blood of his son that can purchase you. and then he said because of the way because of my love for this person I will send my son so he was able to exchange his son for your life like I was willing to pay that amount of money to obtain this kind of heart so will ich bereit dazu war diese summe zu bezahlen für diesen Hut um den zu bekommen so let's read first corinthians chapter chapter one verse six chapter six sorry chapter six verse twenty lasst uns einmal lesen in ersten korinther kapitel sechs vers zwanzig und es steht geschrieben denn ihr seid teuer erkauft darum preist Gott mit eurem Leibe und es ist geschrieben for you were bought with a price so glorify God in your body amen yes you were bought at a high price at high cost you costed God a lot you were bought so is for a high price you have got very costed your life by say that let me talk about it by the blood blood is blood is the blood is the one which has life in it blood is that blood blood is life of a creature is in blood so Jesus had to pay by being killed and the blood of Jesus bought you that is the life of Jesus is the one which was exchanged so that your life is not lost so you were bought at a price that's how God value do so very very worth God on you so this is very important because he bought you as his dear inheritance and that is very important because he bought as someone special who will have you are precious you are a pearl of great price so precious God cannot lie you are a person of purpose point number five point number five here I have different things here here I have different things here here I have Warum lacht ihr? Hier habe ich eine Servierte. Ich habe eine Servierte. Ich habe eine Servierte. Ich habe eine Küchenrolle. Ich habe ein Taschentum. Ich habe ein Toilettenpapier. All diese Objekte sind dafür gedacht, um zu wischen. Das ist dafür gedacht, das Gesicht zu wischen. Dieses Objekt ist für den Tisch. Ihr könnt sehen, wo es ist, da vorne. Es ist dafür gedacht, etwas wegzuwischen, was mit Food in Beziehung steht, falls irgendwas umgekippt wird, zum Beispiel. Das ist dafür da gedacht, wenn du mit etwas fertig bist. Dann trocknest du deine Hände damit. Das ist eine Küchenrolle. Das ist eine Küchenrolle. Das ist eine Küchenrolle. Und diesjenige. Wenn du es nicht hast. Wenn du es nicht hast. Und du bist fertig. Dann nennen sie das ultimative Problem. Aber all diese Papiere. Und das heißt auch mit diesen zusammen. Jedes einzelne von denen hat einen Sinn. Wenn du das benutzt für die andere Sache. Dann wird es zu teuer sein. Und das Kuchenpapier kann nicht funktionieren. Ich meine, jedes einzelne dieser Objekte hat einen anderen Grund. Es gehört zu verschiedenen Orten. Jedes einzelne dieser Objekte hat einen bestimmten Sinn. Es gehört zu verschiedenen Orten. Einiges für die Küche. Ein anderes für den Tisch. Ein anderes für die Toilette. So, jeder einzelne von denen hat einen Sinn. Jeder einzelne von denen hat einen Sinn. Und das Problem ist, wenn du ein Stück Papier benutzt. Was nicht für diese Aufgabe gedacht ist. Wir nennen es, dass man das falsch benutzt. Du vermisst die Nutzung davon. Also jeder einzelne von uns. Ich möchte nicht sagen, dass jeder von uns etwas falsch benutzt. Aber ich möchte sagen, dass jeder einzelne von uns im Königreich Gottes einen Sinn hat. Ich möchte sagen, bitte finde deinen Sinn heraus. Ich möchte sagen, bitte finde deinen Sinn heraus. Dass du einfach nur so rumsitzt und nichts suchst. Du sagst, ich bin faul. Und ich warte darauf, dass ich in den Himmel gehe. Das möchte er nicht. Auf keinen Fall. Steige ein in deinen Sinn. Du schau. Du schau. Du schau. Du schau. Dass du zu schwer warst. Du schau. Und das letzte. Das letzte. Das ist number 6. Der purpose. Der purpose of ein Produkt. Kann nicht be determined. Okay. Der purpose of a Produkt ist determined. Der Sinn von einem Produkt kann nicht entschlossen werden, von dem, der es benutzt. Das würde dafür sorgen, dass es falsch benutzt wird. Es kann auch nicht entschieden werden, wofür es benutzt wird, bei dem Produkt. Es wird entschieden, von dem, der es herstellt. Lass uns einmal lesen, in den Römerbrief, Kapitel 9, Vers 1. Und es steht geschrieben, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie man mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Und es steht geschrieben, ich spreche die Wahrheit in Christus, ich bin nicht leid, mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Okay, Isaiah, Kapitel 45, Vers 9. Jesaja, Kapitel 45, Vers 9. Aha. Aha. The question is, can the maker of a product say to the... Say to the manufacturer, what are you making? The product itself. Kann das Produkt zu denen sagen, der es produziert, was machst du da gerade mit deinen Händen? Why did you make me like this? Why did you make others and then you are turning me into something different? I wanted to be this one and then you make me like this. What are you talking about? Ich wollte gerne ein Taschentuch sein und jetzt hast du mich zu Toilettenpapier gemacht. Warum machst du das? So, it is the manufacturer who defines what the product will do. Es ist derjenige, der es produziert, der entscheidet, was das Produkt tun wird. Es gibt einen bestimmten jungen Mann, der ein Ford Auto gefahren ist. Und es ist entstehen geblieben, das Auto. Und dann hat er versucht, es zu reparieren, aber es konnte nicht repariert werden. Und dann hat er einen Mechaniker angerufen. Und er hat es für Stunden probiert. Und dann hat er aufgegeben. Und derjenige hat es für Stunden probiert, das so zu reparieren. Und dann kam ein bestimmter alter Mann. Und er fragt, kann ich dir helfen? Und dann sagte der junge Mann, kannst du mir wirklich helfen? Und dann kam er und hat es in zwei Minuten repariert. Und dann war der junge Mann wirklich überrascht über diesen alten Mann. Und dann hat er gefragt, wie ist dein Name? Und dann sagte der alte Mann, ich bin Henry Ford. Also derjenige, der das Auto hergestellt hatte. Er weiß alles über Ford. Er weiß alles über diese ganzen Produkte, die benutzt werden, um das Produkt herzustellen. Und Gott, Gott kennt uns auch. Er ist derjenige, der uns gemacht hat. Wir haben uns nicht selber gemacht. Dein Leben kann nicht repariert werden bei irgendjemandem. Es ist nur Gott, der es reparieren kann. All die kaputten Teile in deinem Leben können repariert werden, wenn du sie zu Gott bringen kannst. Denn er ist bereit und bereit, die zu reparieren. Gott segne euch. Ich weiß nicht, für welches ich mich entscheiden werde. Aber vor drei, vier Tagen war ich hier. Und ich war überrascht. Manchmal denken einige Leute, wenn du hier stehst, dann bist du wichtig. Aber die letzten drei Tage hat Gott wirklich zu mir gesprochen. Ich war hier und habe eine Frau gesehen. Sie hat hier alles sauber gemacht. Ich habe nur Hallo zu ihr gesagt. Und dann ging ich zum Büro. Und da habe ich angefangen zu weinen. Und ich habe mich gefragt, warum weine ich? Und ich habe mich so gefühlt, als wäre sie in ihren Sinn hineingetreten. Und weil sie in ihren Sinn hineingetreten ist. Egal was. Gott wird sie benutzen. Ich meine, du kannst das hier sein. Und du denkst vielleicht, du bist auf weniger Wert. Aber wie John schon gesagt hat. Aber wie John schon gesagt hat. You just finish and you don't have this. Wenn du fertig bist und das nicht hast. You have a problem. Dann hast du ein Problem. Es hat so einen hohen Wert. Aber manchmal denkst du, oh, was ist das? Aber manchmal denkst du, oh, was ist das? Ich kam hierher, wie ich diese Frau gesehen habe. Letzte Woche hatten wir hier die Taufe. Und da war der Swimmingpool in der Mitte. Und sie musste alles zu Seite schieben und was verändern. Und ich war wirklich sehr überrascht darüber. Was ich in dieser Kirche jeden einzelnen von euch sagen möchte. Steige hinein in deinen Sinn. Und wenn du in deinen Sinn hinein steigst. Dann wirst du den Wert sehen, den du hast. Und dann wirst du sehen, dass du einen sehr hohen Wert hast. Und dann werden Leute sehen, ja, das ist deine Berufung. Und die werden deine Berufung respektieren. Und Leute werden zu dir kommen. Wegen deiner Berufung. Steige hinein in deinen Sinn. Ich möchte, dass jeder jetzt hier einmal aufsteht. Und lasst mich euch sagen, dass ihr in deine Berufung steigst. Dass ihr in euren Sinn hineintreten müsst. Denn Gott hat einen Stempel auf euch getan. Er hat euch gerufen. Mit dem Namen. Euch gerufen. Ihr seid ein 100 Euro Schein. Du bist ein 1000 Euro Schein. Was auch immer die das nennen. Und er hat den Stempel von Himmel auf dich getan. Und du hast einen sehr hohen Wert. Du hast einen sehr hohen Wert. Und ich möchte, dass ihr wisst. Oh, John sagt jetzt gerade hier etwas. Dass Leute, die dich zerquetschen können. Auf den Boden werfen können. Und die können sogar auf dich treten. Aber trotzdem, dein Wert bleibt der gleiche. Die haben das gleiche zu Jesus getan. Die haben ihn geschlagen. Die haben auf ihn gespuckt. Die haben alles getan, was sie zu tun konnten mit ihm. Aber trotzdem, sein Wert, als Sohn Gottes, bleibt der gleiche. Sein Wert, als Gott zu sein, bleibt der gleiche. Und deswegen, ist das der Grund, warum wir heute hier sind. Um ihn zu dienen. Worshipping him. Because of his value. I want you to know your value. I want you to know that you are so highly valuable into the eyes of God. And God wants you to know as well. And whatever you touch, whatever you do, do it out of your heart. Know that that is my purpose. That is my purpose. Sometimes when I'm here in the night to pray, I feel like, why don't you go to bed by this time? Warum gehst du nicht schlafen in diese Uhrzeit? Aber ich sage zu mir selber, das ist mein Sinn, um für jemand anderen einzutreten, für jemanden zu beten, um nach dem Namen von Gott für das Leben eines anderen Menschen zu rufen. Und einer ist mir zu mir gekommen, hat mich gefragt, Pastor Alex, was ist dein Geheimnis? Sometimes you can't see that you are a little bit gain. You are gain up. I mean, yeah. Manchmal sind Leute, dass du ein bisschen völliger geworden bist. And all of my side, they said, ah, now you are becoming a slave again. Und jetzt sagen die auf einmal wieder, oh, du bist wieder dünn geworden. Was ist dein Geheimnis? I step into my purpose. I step into my purpose. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. Sometimes I have to put my stomach down for somebody. Sometimes I have to put my stomach down for somebody. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. And I want you to know. Und ich will, dass ihr wisst. Step into your purpose. Steige in dein Sinn hinein. John, may God bless you. John, may God bless you. for this message. Somebody step on his purpose. Jemand soll auf seinen Sinn steigen. Step on your purpose. Put your feet there. Packe dein Fuß darauf. This is what I'm doing. Und das ist das, nicely. Und das Teppich war wunderbar zurückgelegt. I couldn't have done it. Ich hätte es nicht geschafft. Aber jemand hat es getan. Er ist in seinen Sinn hineingetreten. Ich möchte, dass jemand in seinen Sinn hineintritt. Denk darüber nach. Was kannst du tun? Was ist mein Sinn? Warum bin ich hier? Warum hast du den Herrn Jesus gerufen? Da sind tausende von Leuten. Warum rufst du ihn? Du rufst mich für einen Sinn. Und wegen diesem Sinn werde ich in meinen Sinn steigen. Und ich werde das tun, wofür du mich berufen hast. Und wenn du in deinen Sinn steigst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann wirst du die Kraft Gottes sehen. Dann wirst du die Salbung Gottes sehen. Die Gnade Gottes wird auf deinem Leben sein. Und du wirst wissen, dass das ist der Grund, warum er dich ruft. Weil Jesus und er gehorcht hat. Und er ist an so einem schmerzhaften Tod gestorben, für dich und mich. Ich möchte, dass du in deinen Sinn hineintrittst. Nimm doch jetzt eure Hände hoch und sagst, und sagst, Herr, zeige mir, was du möchtest, dass ich tue. Teach me your ways. Lehre mich deine Wege. Und lasse mich wissen, was ich tun soll. Und in dem Moment, wo du es herausfindest, steige dann hinein. Steige doch hinein. Steige dann hinein. Und tu es dann. Und wenn du einsteigst, indem du das tust, dann kannst du dieses Lied singen. Er hat so viel für mich getan. Er hat so viel für mich getan. Denn wenn du in deinen Sinn hineinsteigst, dann fühlst du Frieden. Wenn du in deinen Sinn hineinsteigst, dann fühlst du Freude. Wenn du in deinen Sinn hineinsteigst, dann fühlst du Frieden. Und er fühlst du die Freiheit. Du wirst nicht die Schwierigkeit haben, Dinge zu tun. Du wirst nicht die Schwierigkeit haben, Dinge zu tun. Aber wenn du in deinen Sinn hineinsteigst, dann werden Türen sich öffnen. Opportunities been opened. Heute bin ich hier, um jemanden zu sagen. Heute bin ich hier, um jemanden zu sagen. Weil du in deinen Sinn hineinsteigst. Und große Freude da ist. Und große Freude da ist. Werde auf deinen Weg kommen. Und die Tür in der Freude für dich öffnen. Also lasst du Türen für dich geöffnet sein. Weil du in deinen Sinn hineinsteigst. Weil du in deinen Sinn hineinsteigst. Weil du in deinen Sinn hineinsteigst. Und für dich geöffnet sein. Wenn du in deinen Sinn Austausch ausbringst. Wenn du in dein Sinn hineinsteigst, kommst du bei dir in deinen Sinn. low-d퍼fistically. Ausfl cartels дома. Oh come on, what can you give unto God? Give das to God, was er tun kann. I can say absolutely nothing. I can't give you anything. But you can worship him. You can praise him. You can do something. You can do something. Jesus. We have stepped into our purpose. Lasst uns in unseren Sinn hineintreten. We have stepped into our purpose. Lasst uns in unseren Sinn hineintreten. In diesem Moment, weil du in unseren Sinn hineintreten willst, lässt du diese Möglichkeit nutzen. Wir beten für jede Art von Krankheit. Jede Art von Krankheit. Nicht nur hier. Aber wer krank ist, irgendwo anders. Wer auch immer in den Krankenhaus ist. Oder zu Hause krank. Wir beten jetzt für diese Person. Gott, das ist der Grund, warum er uns gerufen hat. Dass du mit der Kraft seines Namens die Krankheit weggen kannst. Also jetzt öffne deinen Mund. Und lasst uns beten für die kranken Leute. Dass jede Krankheit weggehen soll. Jeder, der krank ist, soll geheilt werden. In Jesus' Namen. Heiliger Geist. Mache deinen eigenen Sinn. Wir senden deine Heilungskraft zu jedem Einzelnen. Worum er die sind. Wir heilen sie. In dem Namen von Jesus. Wir heilen sie. Kraft Gottes. Wir sagen, wir heilen sie. In Jesus' Namen. In Jesus' Namen. Empfange deine Heilung. Wherever you are. Empfange deine Heilung. In Jesus' Namen. In Jesus' Namen. Jemand schaut nach dir online. Packe deine Hand darauf, wo diese Krankheit ist. Und da, wo wir jetzt beten. Glaube daran. Dass unser Herr Jesus. Diesen Ort berührt hat. Diese Krankheit. Die soll weggehen. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Ich kommandiere, dass diese Krankheit von deinem Körper weggehen mag. In Jesus' Namen. In Jesus' Namen. Du warst süchtig nach einer Sache für so lange. Und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Aber heute. Die Kraft Gottes sagt. Er ist derjenige, der dir helfen kann. Er ist derjenige, der dir helfen kann. Von dem Tag, an dem du süchtig wurdest. Für so lange. Für so lange. Er wird dir helfen. Er wird dir helfen. Du wirst deine Arme in diesem Moment zu ihm öffnen. Und sagst, Herr. Ich kann es nicht selber machen. Aber mit dir. Kann ich es machen. Helfe mir, Herr. Helfe mir, Herr. Und da, wo du glaubst, dass Jesus derjenige ist, der dir helfen kann. Da haben wir Autorität mit. Zu dieser Sucht zu sprechen. Damit dir dein Körper verlässt. In den Namen von Jesus. Also dieser süchtige Geist. Die das Leben von Leuten kontrolliert. In diesem Moment. Verlasse es. In den Namen von Jesus. Wir setzen Leute genau jetzt frei. Wir setzen sie jetzt frei. In den Namen von Jesus. Wir danken dir, Kraft Gottes. Was du in unserem Leben tust. Wir danken dir, Herr. Da, wo du uns freigesetzt hast. In Jesus' Namen. Amen. Und da, wo wir jetzt unser Arm mal zu uns nehmen. Das ist das, was wir glauben. Dass das das Blut Jesu ist. Das ist das Leib von Jesus Christus. Da, wo wir das jetzt essen. Machen wir das, um uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und warum er kam. Er kam, um seinen Sinn zu erfüllen. Und da, wo du das jetzt isst, erinnere dich daran, dass er kam, um seinen Sinn zu erfüllen. Also er isst das, um deinen Sinn hier auf der Erde zu erfüllen, um deinen Sinn zu kennen und es zu vollenden. Da, wo wir jetzt dafür beten. Ich bete dafür, dass mein Gott und mein Herr, dass deine Kraft sich setzen wird. Wir beten für Heilungskraft in diesem Leben. Wir beten für die starke Stärke Gottes. Wir nehmen es und nehmen es für unseren Sinn. Und für unseren Ziel. Wir danken dir so sehr. Segne das. In dem Namen von unserem Herrn Jesus. Amen. 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 Überwεwhelmend, never-ending, reckless love of God Oh it chases me down, fight still I'm fine. Leaves the 997 I couldn't earn it, I don't deserve it Still you give yourself away Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm fine, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourselves away. All the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Amen. 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 Amen.